Pol Position für Südwestfalen Bei der Forschung und der Entwicklung von neuer Automobiltechnik gibt die Region richtig Gas. Mit dem regionale Projekt Automotive Kompetenz Region Südwestfalen entstehen in Attendorn und in Lippstadt zwei Zentren, in denen künftig gemeinsam geforscht, getüftelt und gewerkelt wird. NRW-Wirtschaftsminister Harry Kurt Vogtsberger hat jetzt die Förderbescheide für beide Standorte übergeben. Das Automotive Center Südwestfalen, kurz ACS in Attendorn, fördern das Land und die EU mit 14,8 Millionen Euro. Also wir müssen ja sehen, NRW ist ja ein exzellenter Automobilstandort. Wir haben 800 Unternehmen, die im Automotivsektor unterwegs sind. 200.000 Beschäftigte sind in dieser Branche beschäftigt. Und wenn man dann sieht, welche Möglichkeiten wir noch haben an der technologischen Entwicklung, dann sind solche Zentren ausgesprochen wichtig, diese Entwicklung voranzutreiben. Und natürlich dann nicht nur hier für diesen Standort, sondern für das gesamte Land und wenn man so will, natürlich auch für eine Branche, die weltweit unterwegs ist. Also das hat schon dann weit, weit überregionale Bedeutung. Und deswegen setzen wir da auch sehr viel Hoffnung dann auch in dieses Funktionieren und in das Gelingen hier dieses Zentrums. Hinter dem Automotive Center Südwestfalen stehen Wirtschaft und Wissenschaft. Ideengeber sind die Universität Siegen und die Fachhochschule Südwestfalen. Zudem sind mehr als 70 Unternehmen aus Südwestfalen beteiligt. Der Entwicklungsschwerpunkt liegt auf dem Karosserie-Leichtbau. Also die Autoindustrie ist eine weltweite Industrie. Deutsche Autohersteller bauen auf der ganzen Welt Autos. Und die Technologien, die wir hier entwickeln, zusammen mit unseren Kunden, die finden natürlich Eingang genauso in die gleichen Modelle, wenn sie in Asien und Amerika gebaut werden. Insofern, und das ist natürlich unsere Aufgabe auch, dass wir als führende Nation beim Automobil, was dieses Jahr ja 125 Jahre alt geworden ist, auch morgen noch führend sind. Im Moment ist die Situation sehr gut. Die deutsche Autoindustrie hat Marktanteile geworden, überall auf der Welt. Eigentlich viel besser, als wir das jemals so zerhofft hätten. Nur bei der Veränderung der Mobilität, denken Sie an Elektromobilität, denken Sie an Carsharing, neue Methoden, wie wir Mobilität überhaupt entwickeln. Da müssen wir schon schwer aufpassen, dass wir diese führende Stellung auch halten. Auch für das Kompetenzzentrum Fahrzeug-Elektronik, kurz KFE in Lippstadt, wurde mittlerweile ein Förderbescheid in Höhe von 5,8 Millionen Euro übergeben. Das KFE ist ein Projekt der Fachhochschule Hamm-Lippstadt, der CarTech GmbH und der Fachhochschule Südwestfalen. Auch hier sind zahlreiche Unternehmen an der Entwicklung beteiligt. Beide Zentren, KFE und ACS, sollen künftig eng zusammenarbeiten und somit für die Region und die heimischen Unternehmen perfekte Forschungsmöglichkeiten bieten.